In der Cochrane Library können wir nach Systematic Reviews recherchieren, um nach wissenschaftlicher Evidenz in der Medizin der sogenannten evidenzbasierten Medizin zu suchen. Über die Uni Leipzig haben wir Zugriff auf die Cochrane Datenbank. Mesh-Begriffe aus PubMed können über den Search Manager gesucht und mit Stichwort Suchen kombiniert werden. Zunächst wird die Suche schrittweise aufgebaut. Wie im Video zu Blockbuilding beschrieben, suchen wir zu jedem Aspekt der Fragestellung zunächst die Mesh-Begriffe und in der nächsten Zeile die Stichworte. Anschließend kombinieren wir die beiden Suchen mit dem Bullschen Operator OR. Jeder Suche wird eine Nummer zugeordnet, die wir den Suchschlitzen eingeben können. Die unterschiedlichen Aspekte kombinieren wir mit dem Operator AND. Die jeweiligen Treffermengen werden am Zeilenende angezeigt und geben schon einen Eindruck, wie viele Publikationen es zur jeweiligen Suche gibt. Ein Klick auf die Zahl führt uns zur Ergebnisübersicht. Hier können wir zwischen unterschiedlichen Publikationsarten unterscheiden. Besonders interessant sind vermutlich Cochrane Reviews und Trials, also klinische Studien. In den Cochrane Reviews werden nach einem genau definierten Schema klinische Studien zusammengefasst und beschrieben, wie es zur Auswahl von einbezogenen Studien gekommen ist.